Die meistgeklauten Autos sind wieder die Deutschen, wie der Verband der deutschen Versicherungswirtschaft feststellte. Und besonders anfällig, ja, die Keyless-Systeme. Keyless-Go-Autoschlüssel stehen wieder im Fokus. Ja, diese Schlüssel machen es den Dieben ja auch wirklich einfach. Die sicherste Art, sich vor Keyless-Auto-Diebstahl zu schützen, ist, Ihren Keyless-Autoschlüssel in der NASA-Fest-Abschirmtasche aufzubewahren. Überlassen Sie die Sicherheit nicht dem Zufall. Bestellen Sie noch heute Ihre NASA-Fest-Abschirmtasche und bringen Sie sich und Ihr Auto auf die sichere Seite.